Das Wort ist Liebe. Treue, Geborgenheit, Gemeinsamkeit, Zweisamkeit, Herz. Ja, das gehört zum Leben dazu und ist auch eigentlich sehr wichtig, damit man so etwas wie hier zum Beispiel auch auf die Beine stellen kann. Es ist schön, wenn man jemanden hat, der einen liebt und den man lieben kann. Das nächste Wort ist Rosenmontagsumzug. Ja, Rosenmontagsumzug ist Spaß, Konfetti, Musik und viel Süßigkeit. Viel gute Laune und viel bunte Menschen. Da hat man viel Spaß, es ist lustig, es sind viele Leute, es ist bunt, es ist schön. Finde ich sehr schön. Man kann ausgelassen feiern, man muss auch teilweise nicht zur Schule. Ja, das ist schon immer das Beste, was man hat im Karneval, wenn man wirklich durch Halle oder egal, was für eine große Stadt zieht. Und das letzte Wort ist Lachen. Lachen, das gehört zur fünften Jahreszeit wie zu allen anderen Firmen. Also im Karneval sehr verbreitet, aber auch im alltäglichen Leben. Ohne Lachen fallen uns viele Sachen sehr schwer. Man lernt schwieriger und alles Mögliche. Lachen ist eine Sache, die man wirklich jeden Tag braucht. Ein schönes Lächeln, wunderbar. Ja, Lachen macht frei, Lachen bringt Stimmung und Lachen ist gesund und macht hübsch.